Schönen guten Morgen. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Es gibt noch ein kleines technisches Problem, das gleich behoben wird. Es ist natürlich für uns auch eine besondere Herausforderung in dieser digitalen Form, die Pressekonferenzen abzuhalten. Aber der Anlass bietet uns, dass wir hier heute kurzfristig auch zu dieser Pressekonferenz eingeladen haben. Ich bedanke mich auch für das rege Interesse. In der Einladung haben Sie erfahren, dass es sich um die Causa der Vergabe der Autobuslinien im öffentlichen Nahverkehr geht. Es ist ja eine nicht endend wollende Geschichte, die uns schon seit Jahren begleitet. Auch das Hickhack zwischen den einzelnen Akteuren, sei es politisch wie auch aus der Wirtschaft. Es wurde in der letzten Legislaturperiode rund um das annullierte Verfahren zu den Ausschreibungen, das ja ganz kurz vor Ende der Ausschreibung umgeändert worden ist und von der Landesregierung abgeändert wurde. Damals haben bereits Kollegen im Südtiroler Landtag einen Untersuchungsausschuss gefordert, um die Aufklärung zu betreiben, um die Öffentlichkeit dahingehend zu informieren, welche Vorkommnisse hier genau innerhalb der Südtiroler Landesverwaltung vonstattengegangen und von sich gegangen sind. Aufgrund der damaligen Landtagswahlen im Herbst und der Aussetzung der institutionellen Arbeit wurde dies nicht gemacht. In der Zwischenzeit ist uns und auch, wie wir mitbekommen haben, diversen Medien der gesamte Bericht, die polizeiliche Akte zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, der Kriminalpolizei, der Vorbericht zugespielt worden. Es handelt sich hier um die gesamten Protokolle und Aufzeichnungen. Es ist eine Akte von 150 Seiten, wo auch Landeshauptmann Kompatscher Amtsmissbrauch vorgeworfen wird. Ich möchte dazu sagen, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt, sowohl für den Landeshauptmann als auch für die Beamten, allen voran Günter Burger, der auch zentrales Element dieser Untersuchung der Kriminalpolizei darstellt. Trotzdem ist es wichtig, dass wir auch die politische Bewertung, eines ist, was die strafrechtliche Bewertung durch die Staatsanwaltschaft anbelangt, das andere ist die politische Bewertung durch die Parteien, durch die Abgeordneten, durch die Institution des Südtiroler Landtags betrifft. Und wir haben einen Antrag auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, einer Untersuchungskommission zum Thema öffentlichen Personennahverkehr in Südtirol vorbereitet. Es geht ganz konkret neben der allgemeinen Überprüfung und politischen Bewertung des Personennahverkehrs auf Landesebene, geht es konkret um die Rolle von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Es ist in den Erhebungen der Kriminalkolizei auch von Interessenskonflikten die Rede, die sowohl ihn als auch Teil seiner Familie betreffen. Es geht darum, wie die Ausschreibung und vor allem wie die Ämter der Südtiroler Landesverwaltung Wettbewerbe korrekt abführen und ablaufen lassen oder in welcher Form sie Eingriff innerhalb des laufenden Verfahrens auf die Wettbewerbe nimmt. Es geht bei dieser Untersuchung auch darum, wie die Besitz- und Mietverhältnisse der verschiedenen Autobusse, aber auch die Mietverhältnisse der Remisen durch die Ausschreibungen in der Vergangenheit, und das war nicht nur die letzte, sondern auch die davor, ob es hier Fehler gegeben hat von Seiten der Landesverwaltung, die die Besitzverhältnisse zugunsten der Konzessionäre verändert haben oder nicht. Und es geht auch um die Beauftragung von externen Rechtsberatern durch die Landesregierung. Wir wissen ja von Mandini, der zu mehreren hunderttausend Euro einen Auftrag bekommen hat, die Neuausschreibungen zu gestalten und auch diese politische Bewertung, diese Überprüfung und Aufarbeitung müssen wir als Opposition wahrnehmen. Und ich sage es gleich vorweg, wir haben zurzeit aufgrund der verschiedenen Auswirkungen und negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Wirtschaft natürlich auch andere Prioritäten, die jetzt anzugehen sind und wo es auch den Wettbewerb der Ideen durch die Oppositionsparteien braucht. Aber wir können es uns nicht ersparen, hier Weg zu sehen und nicht die Aufgabe der Kontrolle zu übernehmen. Das ist ein wesentlicher Teil der Oppositionsaufgabe und ich hoffe stark und baue darauf, dass die restlichen Oppositionsparteien hier auch ihre Verantwortung erkennen und diese Aufklärung angehen. Denn es ist klar, es braucht ein Viertel der Abgeordneten im Südtiroler Landtag, die hier einen Untersuchungsausschuss fordern. Wir sind zurzeit mittendrin auch im Untersuchungsausschuss zu den Masken, zu den Schutzmaterialien und so weiter. Es ist klar, dass es eine besondere Herausforderung ist, wenn wir zwei Untersuchungsausschüsse haben müssen. Aber das ist nicht die Schuld der Opposition, sondern das sind die Vorwürfe, die im Raum stehen, die der Landesregierung und der Landesverwaltung angekreidet werden. Und deshalb ist es natürlich auch die Aufgabe von uns hier, diese Aufklärung für die Bürger und Bürgerinnen Südtirols, für die Öffentlichkeit auch auf politischer Ebene zu fordern. Wir haben im Pressebericht, im Pressepapier, das wir Ihnen zukommen lassen, haben wir eine Chronologie der Ereignisse auch aufgestellt. Es geht nämlich darum, dass es ja auch eine längere Geschichte ist, die bereits 2018 begonnen hat, mit dem ersten Beschluss, dass man eine Ausschreibung machen möchte, wo es zu klären gilt, haben Versäumnisse stattgefunden, hat die Landesverwaltung die Kriterien nicht klar genug kommuniziert. Es war ja die Absicht, mehrere lokale Betriebe auch sozusagen am Wettbewerb teilnehmen zu lassen und dann morgen auch an der Ausschreibung, auch die ja extra lose aufgeteilt worden ist, irgendwo auch diese Ressourcen der privaten Wirtschaft breiter zu verteilen. Hat es hier von Seiten der Landesverwaltung Versäumnisse gegeben, bei der Verfassung der Kriterien, ist Landeshauptmann, Kompatscher, ist Ressortdirektor, bitte, Günter Borer und andere Beamte, sind diese Personen hier strafrechtlich tätig geworden? Haben sie den Wettbewerb verzerrt oder nicht? Es geht hier wirklich um diese Aufklärung und hat es Versäumnis in der Vergangenheit bereits gegeben, die die Zustände bei der Vergabe des öffentlichen Personennahverkehrs so weit kommen haben lassen, wie wir es jetzt haben. Ich bin mir sicher, dass wir Freiheitliche nicht die einzigen sind, die diesen 150-seitigen Bericht in den Händen haben. Ich möchte betonen, dass hier natürlich auch bei den Abhörprotokollen auch Dinge enthalten sind, die meiner Meinung nichts mit dem konkreten politischen Auftrag und mit der politischen Funktion der Kontrolle zu tun haben. Die werden wir auch nicht ansprechen und die möchte ich persönlich auch außen vor lassen, sondern es geht uns wirklich darum, ob hier die Landesverwaltung korrekt gehandelt hat oder nicht. Die Informationen, die im Bericht enthalten sind, lassen die Dimension der Affäre oder der vermeintlichen Affäre erkennen. Ich orte sie wirklich auf der Ebene des Selbstskandals ein, wo es wirklich in einer Art und Weise auch die politische Selbstwahrnehmung beziehungsweise die eigenen Ansprüche, die unsere Landesverwaltung und allen voran Landeshauptmann Kumpatscher haben, an eine transparente, an eine faire, an eine gute, an eine saubere Verwaltung gestellt haben, hier wirklich in Frage gestellt werden und sollte sich das bewahrheiten, was hier auch im Polizeibericht vorgeworfen wird, vom Amtsmissbrauch bis zur Verzerrung der bewussten Einflussnahme und Verzerrung der Wettbewerbe, dann muss ich auch sagen, dass man sich hier die Personen auch ihre politischen Konsequenzen daraus ziehen müssen, wohl wissend, dass in Südtirol politische Konsequenzen nicht leicht und nicht schnell gezogen werden. In anderen Ländern hat man ganz eine andere Kultur diesbezüglich. Wenn ich mir diese Vorwürfe, die dargestellt wurden sind und die nun aufzuklären sind, anschaue, dann bekommt auch der Begriff und der in jüngster Zeit so oft verwendete Begriff des Südtiroler Weges, des eigenen Südtiroler Weges, einen großen Knicks und man kann es eher vergleichen mit einem Weg, der in eine sizilianische Hintergasse führt, der nichts mit einer sauberen und transparenten Verwaltung zu tun hat. Es ist natürlich auch eine, ja, es trägt wieder dazu bei, dass das Vertrauen in die Politik, dass das Vertrauen auch in die Landesverwaltung insgesamt natürlich Schaden nimmt durch solche Aktionen und es ist deshalb wichtig, dass sie aufgeklärt werden. Wenn die Untersuchung davor bringt, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei und die Vorwürfe, die gemacht worden sind, überflüssig sind und haltlos sind, dann ist es umso besser, dann zeichnet es unsere Landesverwaltung auch aus. Aber sollten sie zutreffen, dann sind auch die Konsequenzen dafür zu tragen von den betreffenden Verantwortungsträger.